Vielen Dank, Klaus. Es ist ein Privileg für mich, hier bei diesem globalen Forum zu sein, wo die Diplomatie, Führungspersönlichkeiten, die Weltdiplomatie und Industrieführer zusammenkommen und seit vielen Jahren zusammenkommen, um darüber zu debattieren, wie wir Sicherheit, Wohlstand fördern können. Ich stehe hier vor Ihnen, um die Interessen des amerikanischen Volkes zu vertreten und um das Interesse Amerikas auch daran zu vertreten und zu äußern, eine bessere Welt zusammen mit Ihnen hier, die vertreten sind, zu bauen. Die Hoffnungen Amerikas sind für eine Welt, in der alle gedeihen können, jedes Kind aufwachsen kann, frei von Angst, Armut und Furcht. Über das letzte Jahr haben wir große Schritte in den Vereinigten Staaten unternommen. Wir haben vergessene Gemeinschaften wieder ins Rampenlicht gehoben. Wir haben neue, begeisternde und aufregende neue Chancen geschafft. Ein Pfad auch zum amerikanischen Traum. Ein sicherer Beruf, ein sicherer Job, ein Zuhause und eine sichere Zukunft für die Kinder. Nach Jahren der Stagnation erleben die Vereinigten Staaten wieder starkes wirtschaftliches Wachstum. Die Börse geht von einem Rekord zum nächsten und eilt von einem Rekord zum nächsten. Und mehr als sieben Millionen Dollar an neuem Wohlstand und Reichtum sind geschaffen worden, seitdem ich mein Amt übernommen habe. Die Zuversicht in allen Sektoren sind auf dem höchsten Stand seit vielen Jahrzehnten. Seit meiner Wahl haben wir 2,4 Millionen Arbeitsplätze neu geschaffen. Und diese Zahl steigt substanziell und stark an. Kleineren Unternehmen sind optimistisch und der Index ist auf einem Allzeithoch. Die Arbeitslosenquote ist die niedrigste seit mehr als einem halben Jahrhundert. Afrikanisch-amerikanische Arbeitslosigkeit ist auf dem niedrigsten Stand seit langem. Jeder neue Rekord wird gestellt. Und auch die Arbeitslosigkeit unter hispanischen Amerikanern ist die niedrigste seit langem. Wir sehen eine Renaissance eines starken und wohlhabenden Amerikas. Und ich habe eine einfache Botschaft für Sie. Es hat noch niemals einen besseren Zeitpunkt gegeben, um in den USA zu investieren, anzuheuern und Geschäfte aufzubauen. Wir sind offen fürs Geschäft und wir sind wieder wettbewerbsfähig. Die amerikanische Volkswirtschaft ist bei weitem die größte in der Welt. Und wir haben die signifikantesten Steuerreformen in der Geschichte der Vereinigten Staaten implementiert. Wir haben massiv Steuern für die mittlere Klasse, für die Mittelklasse und mittlere Unternehmen und kleine Unternehmen gesenkt, damit Familien ihr hart erworbenes Geld behalten können. Wir haben die Unternehmenssteuer von 35 Prozent auf 21 Prozent reduziert. Wie Sie wissen, haben Millionen von Arbeitnehmern Steuerrückzahlungen erhalten von bis zu 3.000 Dollar pro Kopf. Und das Haushaltseinkommen wird über mehr als 4.000 Dollar aufgrund dieser Steuerreform erhöht. Das größte Unternehmen der Welt, Apple, hat Pläne veröffentlicht, 245 Milliarden Dollar an Überseerenditen zurückzuführen in die Vereinigten Staaten. Die Gesamtinvestition in der Volkswirtschaft in den USA wird mehr als 300 Billionen Dollar sein. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um Ihr Geschäft, Ihre Arbeitsplätze und Ihre Investitionen in die Vereinigten Staaten zu führen. Das ist insbesondere wahr, weil wir die umfassendste Reduzierung im Regelwerk durchführen, die jemals durchgeführt worden ist. Die Überregulierung ist ein Hindernis für Investitionen. Wie in jedem anderen Land haben wir in den Vereinigten Staaten nicht gewählte Bürokraten. Und glauben Sie mir, Sie sind dort überall. Sie haben geschäftsfeindliche und Arbeitnehmerfeindliche Regularien unseren Bürgern aufgelegt. Aber es gab keinerlei Rechenschaftspflicht darüber. In den Vereinigten Staaten sind diese Zeiten vorbei. Ich verspreche, jeweils zwei unnötige Regeln für jede neue Regel, die aufgelegt wird, abzuschaffen. Und wir haben Erfolg gehabt, und zwar weit über unsere wildesten Erwartungen hinaus. Anstatt zwei für ein haben wir 22 belastende Regeln für jede neue Regel abgebaut, die wir schaffen. Wir befreien unsere Geschäfte und unsere Arbeitnehmer, damit sie blühen können und wirtschaftlich Erfolg haben können. Wir schaffen ein Umfeld, das Kapital anzieht, Investitionen attraktiv macht und Produktivität belohnt. Amerika ist der Ort, an dem man Geschäfte machen kann. Kommen Sie in die Vereinigten Staaten. Wir können innovativ zusammen sein. Wir können was aufbauen. Ich glaube an die Vereinigten Staaten. Als Präsident der Vereinigten Staaten werde ich immer die Vereinigten Staaten an erste Stelle stellen. So wie es die Oberhäupte anderer Staaten auch tun. So wie sie auch ihr eigenes Land an erste Stelle stellen müssten und das auch tun. Aber Amerika zuerst bedeutet nicht Amerika allein. Wenn die Vereinigten Staaten wachsen, dann wächst die gesamte Welt. Der amerikanische Wohlstand hat zahllose Arbeitsplätze überall auf der Welt geschaffen. Und das Streben nach Exzellenz und innovativer Kreativität hat zu wichtigen Erfindungen und Entdeckungen geführt, die Menschen überall geholfen haben, damit sie in einem größeren Wohlstand leben können, ein besseres Leben führen können und gesündere Leben führen können. Und in dem Maße, da wir voranschreiten, Reformen durchzuführen, um neue Arbeitsplätze zu schaffen, wollen wir auch das internationale Handelssystem reformieren, damit es ein weit verteiltes Wohlstand schafft für alle, an dem alle teilhaben können, die sich an die Regeln halten. Wir können keinen freien und fairen Handel haben, wenn einige Länder dieses System ausnützen, zum Nachteil anderer Länder. Wir sind für den freien Handel. Aber der freie Handel muss fair sein. Und es muss auf Gegenseitigkeit beruhen. Denn unfairer Handel ist am Ende des Tages für uns alle negativ.